Heidewitzka, 31. Juli 2010. Neu, die Deckenlampen sind vorbereitet. Verkabelung ist neu gelegt, sieht man jetzt nicht mehr. Elektroinstallation fast fertig. Deckenlampen auch, Meldeanschlüsse etc. Die Wandfarbe für unten. Raum Tirol schon lange bestens fertig. Der Wildkatzenraum fast fertig gespachtelt. Auch schön Stuckleisten dran. Hier im Kellerflug wird gearbeitet. Hier im Bad, eigentlich unverändert. Seit 2-3 Wochen. Tür gehts nicht mehr. So in etwa sieht man der Flur aus. Und das Seppenhaus. Voll verkabelt. Handwerker, die uns helfen. Meutenraum. Lichtinstallationen. Altfertig. Ein paar Deckenlampen für den noch. Ganz lange Flur gespachtelt. Ohne Leuchte hängt. Auch hier Steckdosen, Schalter, alles fertig. Der Stamm ist auch am Condor. Auch schon relativ weit gespachtelt. Der Stamm ist am Sperber. Muss glaube ich nochmal gespachtelt werden. Aber Küchenplanung läuft. Ja, großer Baufortschritt. Oberraum. Wände gestrichen. Decke gestrichen. Muss nochmal nachgestrichen werden. Aber es geht vorwärts. Ganzer Raum an einem Tag gestrichen. Auch heute gestrichen. Der Raum Adria. Mit Bällen. Das war's.